Ach, erstmal ein Kaffee zum Frühstück. Ja und hallo und herzlich willkommen bei Project Let's Plays. Und das schönen, gediegenen Case Opening. Ja, es ist wieder ein Monat vergangen und ich bin direkt aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich bin jetzt wieder am Start. Das heißt, ich bin wieder schön in Deutschland unterwegs. Und natürlich ist das Schöne, wenn man direkt wieder aus dem Urlaub kommt, gibt es natürlich immer wieder schöne Pakete. Das heißt, ich habe auch wieder hier zwei Pakete rumgefahren. Einmal von meinem Freund von Luchest. Vielen Dank an dieser Stelle. Habe ich wieder ein schönes Paketchen zugeschickt bekommen. Und ja, die machen wir jetzt natürlich direkt auf. Also packen wir mal aus. Es ist natürlich jetzt gerade bei mir morgen früh. Ich hatte das Paket schon gestern, aber ich bin gestern erst vom Flughafen zurückgekommen. Nach einem 10-Stunden-Flug. Und ja, da hat man nicht unbedingt so viel Spaß. Das Paket ist natürlich wieder schön im Luchest-Style. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das Thema bei Luchest gerade im Moment war. Aber es ist natürlich, oh, es ist natürlich wieder sehr schön verpackt und auch gut aufgestellt. Muss ich ehrlich gesagt sagen. So, haben wir gerade mal die Description. Da steht schon Biohazard, Danger, Caution. Passt mir das Mikrofon auch gut. So, epische Gaming und Geekbeuten. Jeden Monat direkt zu dir nach Hause. Hey-ho, Looter! Auch im neuen Jahr geht das Looten weiter. Unser Neujahrsvorsatz ist es, euch weiterhin den besten Loot-Stuff zusammenzustellen. Und wir finden, mit dieser Box ist uns das wieder gelungen. Wir hoffen, euch auch in 2017 begeistern zu können und wünschen euch ein nerdiges neues Jahr. Was euch erwartet? Natürlich haben wir den Start von Resident Evil The Final Chapter nicht unbeachtet gelassen. Looten, also ran an die Box und looten. Sehr nice, weil zu, ja, bei mir fängt er jetzt auch bald an. Ich muss das jetzt bald mal anfangen, Resident Evil The New Chapter oder The Final Chapter anzudaddeln. Ich hab's mir auf jeden Fall besorgt. Ich hab's da, ich hab's schon installiert. Ich kann schon anfangen zu spielen, aber ihr werdet, ich brauch ein bisschen Vorlaufzeit, bis ich komplett alles fertig hab. Das heißt, wenn ich heute, ja, eine Stunde spiele oder so, reicht das schon ein paar Folgen hochzuladen. Aber ich muss natürlich die ganze Kacke auch rendern und schneiden und den ganzen Käse. So, erstmal dazu. Auf den nächsten Seiten kommt natürlich das ganze andere Gedöns noch. Das können wir dann später nochmal drüber schauen. Machen wir dann aber auch gleich. Jetzt brauch ich erstmal wieder ein bisschen Kaffee hier. Schön. So, was haben wir denn hier gerade als erstes? Ja, es ist Winter. Also gibt's eine schöne Mütze. N7, 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 N7. Was ist N7? Muss ich nachher mal reingucken, was N7 ist. Passt auf jeden Fall sehr gut. Gerade jetzt im Winter, es ist arschkalt. Ich frier mir den Arsch ab. Ich hab einen 30 Grad Temperaturwechsel gerade hinter mir. Ich hab immer schön gediegene 25 Plus gerade gehabt. Immer schön Sonnenschein. Und dann kommst du in dieses verkalte, verschneite Minusgrad 7 Deutschland rein. Da hast du voll keinen Bock mehr, Alter. Gummibärchen. Yummy, yummy. Immer wieder schön. So, ein Biohazardsticker. Achso, Resident Evil The Final Chapter. Ist natürlich auch wieder klar, ja. Es kommt ja ein neuer Film raus, Resident Evil. Und der ist, denke ich, damit gemeint. Moment, ich komm gerade wieder. Natürlich kommt auch mit Resident Evil der Film. Kommt ja dieses Jahr raus. Also hab ich auch... Das Spiel ist ja auch rausgekommen jetzt. Dem Monat. Also... Ich rede über das Spiel, natürlich. Das wird natürlich später auch auf meinem Kanal folgen. Wenn wir das anspielen. Hat natürlich, ich glaube, nicht so viel zu tun. Ich kenne mich mit Resident Evil überhaupt nicht aus. Mit den Games. Das ist jetzt das erste Resident Evil Game, das ich jetzt spielen werde. Aber... Ja, es wird kommen. Auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch dann reinballern. Ja. Natürlich obligatorisch. Das hier. Ein geiler Sticker wäre natürlich gewesen. Der Sticker von Umbrella Corporation wäre viel, viel geiler gewesen. Der wäre viel schöner gewesen. So, und dann gucken wir gerade weiter. Ein Pop. Ein Pop. Es ist ein Wackelpop. Ja, ein Wackelkopfpop. Ich glaube, die haben alle Wackelkopf. Und zwar von Agent 13. 13? 13? 13? 13. Agent 13. Ja, von Marvel. The Avengers. Nice. Kann man immer wieder. Also ich packe es nicht aus. Aber, warte. Es hat aber keine Schutzhülle. Diese Schutzhülle, die man immer noch ein bisschen dazugekriegt. Also für ein paar schlappe Euro oder für ein Euro oder sowas da. Die Schutzhülle. Die ist nicht dabei. Die kriege ich bei einem anderen Case. Immer mit dazugeliefert. Da gibt es natürlich wieder ein paar schöne. Andere natürlich. Ich habe natürlich Agent 13. Kenne ich? Wer ist Agent 13 eigentlich in dem Marvel-Universum? Kommt die vielleicht? Im Civil War kam die vor? Muss ich mir doch gerade den Film nochmal reinziehen. Und naja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gefällt mir. Kommt in die Sammlung. Ich packe es nicht aus. Ich packe es natürlich nicht aus. Weil Sammlerwert. Sammlerwert, Leute. Sammlerwert. Karpfeiter Batman vs. Superman. Das Release ist ein bisschen lange her. Puzzle. Superman Graffiti. Sieht schön aus eigentlich noch, das Puzzle. Muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich das puzzeln. Und dann irgendwie zusammenkleben. Was steht denn da? Help rebuild our city. Looser is our savior of false god. Nice. Stapeln, stapeln. Erstmal wieder obligatorisch. Schön einen Kaffee nehmen. Ah, herrlich. So, und dann fast zum Schluss gibt es natürlich noch ein schönes T-Shirt. Muss es grau sein. Graue T-Shirts mag ich voll nicht. Steht mir auch nicht. Mir steht schwarz und weiß. Schön ausgepackt. Resident Evil Capcom Limited. Zombie Mob. Raccoon City. Ja, Resident Evil T-Shirt mit einem Zombie vorne drauf. Ein bisschen stylisch Design. Raccoon City. Keine Ahnung. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist halt ein Roundneck. Größe M. Ist ja auch mal die Größe, die ich habe. Das werde ich natürlich komplett ausfüllen. Sehr schön. Gefällt mir. Und was gibt es da schönes? Ein Comic? Ein Comic? Spider-Man Deadpool. Zwei komplette Storys gratis. Plus Civil War 2 Leseprobe. Juhu, was für das Scheißhaus. Kann man wieder mal sich ein bisschen auf dem Scheißhaus reinziehen. Sehr schön. Werde ich nachher gerade in einer langen, gediegenen Sitzung lesen. So, das war es aber auch dann schon mit der Loot-Chest. Schöne Ausbeute. Ein schönes T-Shirt. Ein Puzzle. Dass man dann natürlich puzzeln kann. Ein Pop. Das ist nice. Der Sticker gefällt mir. Ich glaube, den bleibt nicht auf dem PC. Der ist schön neutral. Die Wollmütze. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und diesmal finde ich besser die Loot-Chest. Also die gefällt mir jetzt sehr gut. Kann ich nicht meckern. Die letzten Mal ein bisschen bläh. Aber gut, die ist nice. So, dann können wir auch gerade mal noch in dieses Heftchen reingucken. YouTube-Gewinnspiel. Gewinne des Monats. Pascal, YouTube, Paco, TV. Jeden Monat fertig, wenn du ein YouTube-Gewinnspiel, bei dem du einfach tolle Gewinne abschauen kannst. Du kannst einfach teilnehmen. Sende uns den Link zu deiner Unboxing. Dein Name über den aktiven Abo läuft. Oder deine Bestellnummer bis Ende des Monats. Blah, 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 blah. Aha, ich kann das auch machen. Wenn ich Lust und Laune hätte. Ach, ich schicke das einfach per Ding. Resident Evil. Exklusives Lizenz-T-Shirt für 20 Euro. Ja, gut, T-Shirts kosten meistens so aufbedruckte Standardpreise. Sind immer so ungefähr bei 20 Euro oder 19,95 natürlich. Aber in dem Fall war das auch wieder, jetzt kommen wir gerade weiter zu Captain America, Civil War, Funko Pop. Also von diesem Pop-Figürchen, da waren dann im Prinzip, in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5 Stück waren da. Einmal mit dem Iron Man, den Silver Edition, der Widow, der Agent 13, Captain America und wie heißt die? Ah, Scarlet Witch und Black Widow, ja klar. In dem Fall Glücksspielerei mit meinem Paket, welche ich jetzt da bekommen hätte. Ist ja auch egal. Eben, auf jeden Fall hat eine dieser Figuren einen Wert von 15 Euro. Das ist natürlich auch wieder schön. Jetzt sind wir schon bei 35 Euro, das heißt, ich habe eigentlich schon den Wert der Box schon wieder drinnen. Dann natürlich ein Justice of Dawn Puzzle für 5 Euro. Waren in dem Fall auch wieder 3 zur Auswahl. War auch wieder Glücksspielerei, welche ich bekommen habe. Ich finde aber, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich schaue mal, dass ich eventuell das Puzzle irgendwie zusammenkleben kann, dass die Teile mir nicht durch die Gegend fliegen. Und dass ich das dann irgendwie in den Rahmen einpacke. Scheint jetzt nicht besonders groß zu sein, hat 200 Teile. Werde ich mal in einer freien Zeit mal einkleben und dann eventuell in den Rahmen reinpacken. Und dann kann man sich das an die Wand hauen. Ist also nicht schlecht sowas. Können wir gerade weitergehen. So, Biohazard Venue Sticker für 3 Euro. Und eine kleine Aufmerksamkeit eben mit den Haribo Gummibärchen. Ist ja nicht schlecht. Mein Gott, das kostet nicht viel. Und den Spider-Man-Comic, den gibt es gratis dazu. Ah, das ist ein Mass Effect Beanie. Den ich mit dem Plus-Abo dazu kriege. Also im Prinzip ist das nichts anderes als dieses von Mass Effect Andromeda, das rauskommen wird. Und ich weiß nicht, ob ich Mass Effect Andromeda spielen werde. Ich bin jetzt kein Mass Effect Fan. Mir passt das irgendwie nicht so. Das ist, ich weiß nicht. Ich werde daraus nicht schlau. Das sind solche, das ist genauso wie Skyrim im Prinzip. Plus, dass es halt abgespaced ist. Aber ich bin halt nicht so der RPG-Fan. Also ich bin echt kein so ein RPG-Fan, der auch so Rollenspiel-Fan. Das einzigste Rollenspiel, das ich mal gespielt habe, war wirklich B.O.W. Und das war ja für mich leicht verständlich irgendwie. Kann man nicht viel falsch machen. Und 8bit-shop.de. Gut, ihr werdet natürlich wieder, Luches wird natürlich wieder unten in der Subscribe-Box, werden sie wieder verlinkt werden. Natürlich. Die Ausbeute waren natürlich wieder super. Und ich freue mich auf den nächsten Monat. Also Februar ist ja auch nicht mehr lange hin. Bis zum Februar und zum 20. Februar. Und dann freue ich mich natürlich schon wieder drauf, wenn die nächste Box bei mir so ins Haus steht. Und ich hoffe, euch hat das natürlich auch wieder mal sehr gut gefallen, das Unboxing. Wenn ihr natürlich auch so ein Lelouches haben wollt. Ich habe jetzt dafür, ich glaube ich zahle 25 Euro im Monat. Ist also noch akzeptabel. Gut, für Leute, die halt Geld verdienen, ist das kein Stress. Für Leute, die halt kein großes Taschengeld haben, ist das natürlich nicht nice. Ich weiß ja gar nicht, was die Jugend heutzutage für Taschengeld kriegt. Also ich habe damals, ich habe nicht mal damals ein Taschengeld gekriegt. Ich musste von meinem Taschengeld arbeiten gehen. Das heißt, ich bin jede Woche einmal aufgestanden und habe Zeitung ausgetragen. Ja. Und da waren dann auch nur 20 Euro im Monat drin. Jo. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ihr ein Case Opening sehen wollt. Ähm, bald folgt ja dann auch noch von der Konkurrenz das Opening. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.